Brigitte Nielsen, Baby Nummer 6 Ich bekomme vielleicht ein weiteres Kind Einhalb werden Brigitte Nielsen und ihr Partner Mattia Dessy wieder Eltern? Zweihalb erst vor neun Monaten brachte Brigitte ihr fünftes Kind zur Welt. Einhalb werden Brigitte Nielsen und ihr Partner Mattia Dessy wieder Eltern? Brigitte Nielsen, 55, ist im vergangenen Jahr noch einmal Mutter einer Tochter geworden. Doch für die Fünffachmutter scheint die Babyplanung noch immer nicht abgeschlossen zu sein. Brigitte Nielsen, mit 54 kam Baby Nummer 5 Mit Mitte 50 wurde das ehemalige Model Brigitte Nielsen noch einmal Mutter, zum fünften Mal. Sie und ihr Partner Mattia Dessy durften sich vor knapp neun Monaten über die Geburt von Töchterchen Frieda freuen. Dass Brigitte in dem Alter noch einmal Mama werden würde, hatte wohl niemand erwartet. Denn die Ex-Dschungelkönigin hat über elf Jahre versucht, wieder schwanger zu werden. Doch wer glaubt, dass die Familienplanung bei dem Reality-TV-Star inzwischen abgeschlossen ist, der irrt sich. Sag niemals nie in der italienischen TV-Show Non-Ella D'Urso verriet die 55-Jährige jetzt, Sonntag, Sonntag. Brigitte und Mattia können sich also weiteren Nachwuchs vorstellen. Mit der Geburt von Baby Frieda im vergangenen Jahr erfüllte sich für das Paar ein lang gehegter Traum. Erklärte sie. Brigitte Nielsen, heftige Kritik für späte Schwangerschaft. Brigittes späte Schwangerschaft konnten nicht alle gut heißen. Die Ex von Flava, Flava, musste für ihre Entscheidung, noch einmal Mama zu werden, sehr viel Kritik einstecken. Doch der Hate war der Fünffachmutter ab einem bestimmten Zeitpunkt völlig egal. Meine kleine Frieda bringt mir so viel Freude. Ich kann Kritik vertragen. Ich verstehe, was manche Leute sagen. Wenn meine Mutter mit 54 zu mir gesagt hätte, dass sie schwanger ist, als ich 20 war, bin ich nicht sicher, wie ich reagiert hätte. Dennoch sei die Familienplanung für sie nicht final abgeschlossen. Bleibt abzuwarten, ob sich ihre Söhne Julian Winding, 34, Kilian Markus Nielsen, 29, Aaron Nielsen, 25, Raoul Ayrton Mayer G.R. 23, und Töchterchen Frieda bald über ein weiteres Geschwisterchen freuen dürfen. Diese Artikel könnten dich auch interessieren, Brigitte Nielsen, Schwangerschaft um jeden Preis Brigitte Nielsen, Krebsschock. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.